Jetzt ist der Hans dran. Hier ist er, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Kannst du bei den Hörern irgendwie ein bisschen anders halten? Das klingt so verblubbert. Achso. Was machst du beruflich? So ganz gut verstehen wir dich nicht. Wenn die Antworten kurz sind, verstehen wir dich besser. Wie bist du sexuell gestrickt? Ich starte so Schabon rein hier. Die Leute und die Brusten gehen vorbei, haben die was angegriffen. Ja, so fängt es immer an. Mit welchen Tieren hast du denn Sex? Kann ich überhaupt kennen, aber kannst du ja für Flecken sterben. Mit Hunden, Katzen und Hasen. Wie kann man mit Hasen Sex haben? Bei Marcel, auch wenn du mit hast. Ich starte so Schabon rein hier. Geht das sofort einher mit einer Erregung? Wohin. Nicht schlecht? Wohin. Und dann ging die Post ab? Wohin. Was genau passiert dann zwischen dir und einem dieser Labradorhunde? Das war schon zwei Tage danach, weil das passiert, wo ich gesehen habe, wo ich vor der Haus her laufe. Ach so. Das sind Rüden, hast du gerade gesagt. Gibt es auch weitere sexuelle Aktionen? Lässt du dich von dem Rüden begatten? Gleich kommt der Brust vorbei, aber der weiße Pfeff zu, ja. Ach so. Das könntest du ja alleine machen. Da brauchtest du ja eigentlich keinen Hund für. Der Hund war rausrum an Laufen da. Aber du machst es trotzdem mit den Hunden? Weil du machst es trotzdem. Warst du mal verliebt in einen Menschen? Ja, aber Brunner, passiert. Das kann auch keiner sagen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Brunner, so passiert. Das kann dir auch keiner sagen. Aber du kannst mir ja vielleicht nicht sagen. Ach so. Ich finde, dass du in eine Perversion degeneriert bist. Die Lösung für dein Leben sollte sein, dass du dich sehr intensiv psychotherapeutisch behandeln lässt. Ja, das hat mir jetzt erst mal passiert. Das lässt du nicht verstanden. Letzten Satz nicht verstanden. Das lässt du nicht verstanden. Das lässt du nicht verstanden. Ja, das ist für dich jetzt dein Geheimnis. Dass du es mit uns vielen hier geteilt hast. Kommt mal, was du gehst. Toi, toi, toi. Alles Gute. Tschüss. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. Das klingt so verblubbert. Das klingt so verblubbert.